Ihr Riesen-Muckis! Weiß einer von euch, wo Spongebob steckt? Muskelbob-Protzkopf? Der ist da drin! Äh, ach so? Na ja, danke. Ich ess jeden Morgen erst mal 20 rohe Eier. Kleine Macke von mir. Entschuldigung! Das Muskeltraining ist mein Leben. Ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie der junge Mann da drüben. Wer? Ich? Und ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie du. Aber das ist schon ganz schön lange her. Hier ist der Drink, Sir. Danke, Jungchen.